Hallo ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einem neuen Star Stable Gutscheincode Video und mit dem Code, der heute mal wieder ein wenig tricky ist, der Code heißt nämlich heute My Heart As Joy. Also mit diesem Code bekommt ihr heute leider, muss ich jetzt ganz klar sagen, keine Star Coins. Star Stable hat aber auch gesagt, dass nicht alle dieser Code Star Coins geben werden. Manche werden auch Consumables oder Gegenstände geben und das hier ist genau einer dieser Codes, denn mit diesem Code zusammen bekommt ihr nämlich die Burgunder Barock Decke. Diese Decke hier gibt es, leider hat sie keine perfekten Werte, denn die Burgunder Barock Decke hat leider nur Stärke plus 1. Ist 400 Schillinge wert, wenn ihr sie dafür nehmen möchtet, zum Beispiel könnt ihr sie auch einfach verkaufen und ganz wichtig ist auch nur für Pferde der dritten Generation zu tragen, denn ich habe es auch mal getestet auf den anderen Sachen, also sie ist wirklich nur für Pferden von den neueren Generationen zu tragen. Leider eben auch da nochmal ein kleines Manko. Zwei Codes haben wir noch, ich denke, dass wir ungefähr auf die 300 Star Coins kommen werden. Dann fehlen also noch insgesamt 80, vielleicht 2x40 und eins noch mit dem Consumable. Ich bin gespannt, was denkt ihr, auf welchen Star Coins werden kommen wir und wie findet ihr eigentlich die Burgunder Barock Decke? Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!